Guten Morgen Leute, ich habe mich endlich mal wieder geschminkt. Ich muss mich beeilen mit einer Story, weil es könnte mich ja ein Mitarbeiter sehen. Das wäre nicht so toll. Muss ja nicht sein. Ich habe mich mal wieder geschminkt. Ich habe wieder Wimperntusche drauf. Ich hatte Lust drauf. Ich wünsche euch einen ganz tollen Tag. Es ist 6.19 Uhr und ich bin bei der Arbeit. Und meine Stimme ist immer noch nicht so gut. Ich hoffe, sie wird bald besser. Also einen ganz, ganz tollen Tag euch. Ich freue mich auf den Tag, weil ich habe nicht mehr viele Überstunden. Ciao! Hey Leute, dieser Moment, wenn man spontan zu einer Person fährt, die bei Instagram nicht erwähnt werden möchte. Meine langjährigen Follower wissen, wen ich meine. Ja, ich verbringe Zeit mit meinen Liebsten. Ich freue mich. Und ich melde mich vielleicht heute Abend bei euch. Mal schauen. Ich will es auch nicht ewig warten lassen, die Person, die Person nennen. Ja, ich wünsche euch einfach einen tollen Tag. Schönen Abend. Und ja, ich hoffe, euch gefällt meine Bachelorette-Kommentatoren. Also meine Kommentare, die ich kommentiere. Ihr könnt ja Feedback da lassen. Und ihr wisst ja, wen was nicht interessiert, es langweilig, bescheuert findet, doof, dumm, wie auch immer. Also nicht gut. Der soll doch bitte auf X klicken oder es sich nicht anschauen. Aber bitte mir sowas nicht sprich. Weil, interessiert mich nicht. Also ihr Lieben, einen schönen, ja, Abend in jedem Fall. Mega heißen Auto. Also, bis später vielleicht. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Tschüss. Hey Leute, dieser Moment, wenn einfach schon halb neun ist und es ist so geiles Wetter draußen und es ist einfach noch so hell. Kann es nicht einfach immer so sein? Also, Leute, ich habe so gute Laune. Weil dieser Moment, nicht nur, dass es schön hell draußen ist und geiles Wetter und ich so viel Zeit mit meinen Liebsten verbracht habe. Und meine Haare sind die einzigsten, nämlich gerade ein bisschen Sterne. Aber ihr wisst ja, das ist bei mir oft der Fall. Ich bin jetzt gerade in meinem Auto gesessen und dann ist einer mit seinem Auto reingefahren und der hatte so ein, ich weiß nicht was für ein Auto. Ich gucke da nicht so drauf. Ich bin da nicht so ein Gold Digger, dass ich da gucke, was der Mann für ein Auto fährt. Auf jeden Fall der Typ, ne? Er fährt so mit dem Auto rein, so ein paar Meter vor mir. Ich sitze in meinem Auto, total müde, habe meine Brille kurz ausgezogen, irgendwas da gemacht, am Auge, habe sie auch wieder angezogen. Er fährt vorbei, guckt mich an und lächelt mich so süß an. Der ist voll süß angesmalt. Oh mein Gott. Und ich habe halt so ernst geguckt, aber als er mich angesmalt, da musste ich auch voll lächeln. Da habe ich so ein lächelndes Gesicht gezaubert und der sah echt gut aus. Ja, mal gucken. Ich habe sein Kennzeichen. Ja, auf jeden Fall, der war echt hübsch und voll süß, oder? Wie süß. Er hat voll süß gelächelt. Normalerweise gucke ich immer so ernst Männer an. Also es ist nicht so, dass ich jetzt, ich bin ja immer ein fröhlicher Mensch und so, aber ich bin bei Männern immer so ernst. Ich läuft gerade immer mit seinem Hund drauf, muss ich aufpassen, dass er mich nicht sehen hört. Sehen hört? Sehen hört, genau. Mit meinem Handy sehen sieht. Reden hört. Mit meinem Handy reden sieht. Ich bin etwas verwirrt, weil der Typ echt gut aussah. Und oh mein Gott, das war so cool einfach. Ich fahre jetzt nach Hause und rufe jetzt gleich meine Freundin an. Ja, Natascha, ich bin gleich bei dir. Und er war so hübsch. Und dann habe ich den Moment verpasst, weil ich in meinem Handy war. Und ich habe die ganze Zeit geguckt und gedacht, wenn er jetzt reinläuft in die Wohnung, also in dieses Haus da reinläuft, zur Eingangstür, dass ich ihn dann sehe. Aber ich habe ihn verpasst, weil ich was im Handy gemacht habe. Und als ich dann hingeguckt habe, da ist die Tür ins Schloss gefallen. Oh mein Gott. Aber der war echt süß. Ja, wollte ich euch kurz erzählt haben. Ich fahre jetzt nach Hause. Ich bin mega müde, aber auch mega glücklich. Das war so schön mit meiner, mit meiner, ihr wisst schon mit wem, Zeit zu verbringen. Mit einer Person über Instagram, die ich erwähnt werden möchte und ihren Kiddies. So, das war's. Also, ich wünsche...